Danke für das Rendezvous Immobilier. Das ist für mich das erste in der Zürich für die Immobilien, aber ich kenne gern die Region. Wir sind Immowise in Lausanne, Genf, Neuenburg. Wir haben eine erste Priorität, das ist klar, das ist das französische Part. Um die Real Estate, die Regie Immobilier als Main Clients. Und dann hier heute, wir wollen das erste Vorschlag. Wir haben Competitors, das ist ganz gut für uns. Das ist wie immer in Produkten. Das ist das Beste. Und wir suchen für die ersten Kunden in der schweizerischen deutschen Part. Ich werde die Präsentation in Englisch machen, weil alle die Wortschätze für mich sind noch nicht perfekt. Und Entschuldigung. Und auch ein bisschen französisch-italienisch. Das wäre gut für die schweizerische Plattform, das wir werden. Also, wir sind die erste. Wir sind die erste. Wir sind die zweite Web-App zu simplifieren, weil es eine wirklich integriertes Video-Conferenz. Es funktioniert. Es funktioniert. Wir sind eine Plattform, die sich integriert alle in einem. So, die Preparation der General Assembly, die Video-Conferenz, die Acting-Vote, oder any documents Sie möchten, für die finalen Co-Wohnen, Managed by die Administrator, Und, finally, wir haben die Generationen von den Reporten nach dem Event. Unsere Positionen ist wirklich zu sein, in der Vision von ein oder zwei Jahren, als eine Reference-Platform für Co-Wohnerschaft in der ganzen Schweiz, definitiv, mit der Expertise von der französischen Parten, dann, in der Germanen Bereich. So, nichts zu sagen, dass Conveins, Implement, Build und Developen Sie verstehen die Idee, und wir sind diese Vision für die gesamte Industrie, die ganze Industrie. Es war, die Anfang des Bewerbs, es war wirklich von einem Genevan- und Lausanne-Basen-Basen-Basen, von meinem Chefs-Basen, zu sagen, wir wollen digitalisieren, auf den Beispiel der French Markt, das dauert 10 Jahre, und so, wir arbeiten hart für das ganze 2021, confessiert, wegen der Covid-Basen, weil die Urgenheit kommen, zu tun, die Presence und die Videoconferenzen sind. Und dann, sicherlich, es zu integrieren die CRM und die ARP auf any Real Estate Industrie, als ein tool, als Integrated Tool. Wir haben bereits ein oder zwei Deals, die wir sehr, sehr, sehr kommunizieren, über die guten Partnerschaften wir haben. Und die Zeit-Effizienz ist etwa 20-30% für Real Estate, und sicherlich für die Koerner, wenn ein Kondominium-Assemblies dauert zwei Stunden, wenn es kompliziert wird, es wird 1 Stunde und 30 Minuten dauern. So, es wird 25% savings sein. So, das ist wirklich die Digitalisierung für die Koerner. Und das ist unser Ziel, die B2B. Und wir wollen, vielleicht starten in Süß-German, mit der B2C, für die Selbst-Management Koerner, wenn wir genug deals finden. Es ist eine B2C-Approach. Es ist wie eine Web-B2C-Approach, das wir können in sechs bis zwölf Monaten entwickeln. Und es gibt halte der Koerner in die Süß-German-Arie, die selbst und Auto-Management sind. So, es ist ein großes, großes Potenzial. Und an diesem Punkt, niemand ist hier. Wir sind gekommen. Wir können die Koerner-Assemblies mit den Koerner-Arie, die Koerner-Arie, alle, die Informationen, die Daten-Management-Arie-Arie, die Daten-Arie-Arie-Arieungen sind. Dann, wir können live-Assemblies mit den Leuten in der Presse-Arie-Arie, oder bei den Weg zu den Video-Conferenzen. Hier haben wir über 20 Möglichkeiten, die Votungssysteme. Wir können die Votung zu einer Stelle an den Tag-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie, wir bauen die Anlage-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie-Arie, We try to focus to the security at top level, like a bank, like an insurance, any lawyers and jurisdictional problems are solved, because we have the code, SMS code, we have the identification to factors, you have the ID scan, so we really try to have a 360 approach into the security for everyone, real estate and co-owners. At the end of the day, as I said before, the objective is to save 20 to 30% of the time. Surely you need to integrate the data with the ARP and the CRM of your own real estate. The self-management, it's something very easy to use. Even my daughter of 11 years old is organizing events just to play with the family and test the different functionalities without improving every week or every month. And it's very ludic, it's very easy to do, and then at the end of the day, we are just here for proposing a solution to you guys to save time. And the cost is really at the minimum of what we need to exploit, so it never overtakes the saving of your time, so it's really a win-win-win for all third parties. In the future, we'll be giving services to the co-owners, giving contacts and opportunities as suppliers to the co-owners, if they have issues in terms of workload, in their own apartment. We don't want to be a replacement of digital real estate, we just want to give services to the co-owners. And everybody is going to win for that, because real estate will start by saving time. So we need to offer them the service to the consumer, which are the co-owners. And thank you so much for the attention. We are here. We have a contest for free. You just come to our booth, where Thomas has a little box. You can fill up your card, and we will also, with a QR code, and you can win a nice weekend for two. And we just welcome you, and sorry again for the technical issue, it's out of my mind. But I thought it's better like this as well. Thank you so much.